Weil mir Vernetzung ganz wichtig ist. Wenn wir unsere neurologischen Patienten gut versorgen wollen, dann müssen wir Neurologinnen und Neurologen uns gut vernetzen. Und wenn wir die beste Forschung machen wollen, brauchen wir Vernetzung für gute und schlagkräftige Forschungsverbünde. Und für die beste Ausbildung und Weiterbildung unserer Studierenden und Assistentinnen und Assistenten brauchen wir ebenfalls gute Vernetzung. Und letztlich ist Vernetzung auch gut, um die Freunde und Bekannte der letzten Jahre und Jahrzehnte einmal wieder zu treffen. Deswegen fahre ich zur DGN. Untertitelung des ZDF für funk, 2017